Newcomer DJ Contest 2020. Alle, die jetzt spielen, die spielen mit dem Sonnenuntergang im Rücken. Also wirklich großartiges Ambiente zum Sundowner auf der Ostsee, auf der Seebrücke im Ostseebad Görn. Wir sagen nochmal recht herzliches Dankeschön an die Co-Verwaltung des Ostseebades Görn, dass wir dieses Event in diesem Jahr trotz aller Bestimmungen stattfinden lassen können und dazu auch noch an so einem wunderbaren Hotspot. Und jetzt geht es für euch weiter mit Kowalski aus Hannover. Die nächsten 20 Minuten gehören dir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Let's go! 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 Let's go!